Im Leben dieses Mannes geht es nur ums Töten. Er beobachtet sie wochenlang. Er hat ihren Tagesablauf auswendig, wenn sie nach Hause kommt, schlafen geht. Am Morgen, vor Sonnenaufgang, taucht er auf. Genau hinterher. Für Detective Joel Campbell ist es ein Fall, der nie abgeschlossen wurde. Wer weiß, vielleicht beobachtet er uns jetzt. Ich schicke dir ein Foto und ich gebe dir auch einen Tag, um sie zu finden. Perfekt. Jetzt hat der Mörder, den er nicht aufhalten konnte, wehr dich doch nicht so. Das macht doch Spaß. Sein nächstes Opfer Wir haben wieder ein Foto erhalten. angekündigt. The Watcher Wir haben wieder ein Foto erhalten. Wir haben wieder ein Foto erhalten.